Rentenbescheid prüfen bis zum Jahresende. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Wir haben ganz, ganz viele Rentenbescheide, die wir prüfen müssen und die Nachfrage zur Rentenbescheidsprüfung steigt bei uns ganz, ganz stark an. Viele Versicherte wollen den Vorteil nutzen, die sich aus dieser Situation ergeben, dass man da für viele Jahre rückwirkend, maximal fünf Jahre rückwirkend, hier eine Rentennachzahlung bekommen kann, wenn sich herausstellt, dass bei einer Rentenbescheidsprüfung ein Fehler eingetreten ist, der zu Lasten des Kunden ist. Wenn Sie jetzt Ihren Rentenbescheid prüfen und das noch bis zum Jahresende, dann haben Sie folgende Vorteile. Erstens, Sie können eine Rentenerhöhung für die Zukunft bekommen und was natürlich noch viel wichtiger ist, eine Rentennachzahlung bis maximal fünf Jahre. Denn wenn Sie nämlich bis zum 31.12.2020 Ihren Rentenbescheid prüfen, dann sind es rechnerisch gesehen fünf Jahre, die Sie Rentennachzahlung bekommen. Machen Sie das am 1. Januar 2021, dann sind es wiederum nur vier Jahre. Das heißt also, Sie verlieren möglicherweise ein Jahr an Rentennachzahlung. Und deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, bis zum 31.12. Überprüfungsantrag stellen und Ihren Rentenbescheid prüfen. Und damit Sie mal sehen, wie das in der Praxis so abgelaufen ist, wir haben hier so einen kleinen Fall. Es kam eine Mandantin zu uns und die wollte Ihren Rentenbescheid mal prüfen lassen. Die hatte immer so im Bauch ein schlechtes Gefühl und hat sich gedacht, naja, stimmt das so mit meinen 700 Euro Regelartersrente? Dann haben wir den Bescheid geprüft, haben zwischendurch noch eine kleine Kontenklärung gemacht und dann stellte sich auf einmal heraus, es war doch nichts in Ordnung. Wir haben das alles erledigt für unsere Mandantin und sie bekam eine Rentennachzahlung von sage und schreibe 14.000 Euro für knapp vier Jahre rückwirkend. Und da war natürlich die Freude ganz groß. Und deshalb kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, nehmen Sie bitte Ihren Rentenbescheid. Prüfen Sie den meinetwegen auch zu Hause alleine. Oder Sie nehmen sich einen Freund zur Hand, der Ihnen damit hilft. Oder Sie gehen zum Rentenberater vor Ort oder zur Deutschen Rentenversicherung. Oder Sie kommen ganz einfach zu uns, zu Rentenbescheid24 und nutzen unsere Angebote zur Rentenbescheidsprüfung. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und nicht vergessen, bis zum 31.12. Rentenbescheid prüfen. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel